Hallo und herzlich willkommen beim Basic Video zum Thema Diagramme. Im heutigen Video werden wir uns speziell auf das Kreisdiagramm konzentrieren und lernen, wie man dieses erstellt. Bevor wir starten, drücke kurz auf Pause und richte dir ein Geodreieck, einen Zirkel und einen Taschenrechner. Beim Kreisdiagramm betrachten wir Anteile von einem Ganzen. Jede unserer Kategorien ist dabei ein Anteil. Im Kreisdiagramm werden die Kategorien als Kreissektoren dargestellt und alle Kreissektoren zusammen ergeben ein Ganzes. Wichtig bei der Erstellung eines Kreisdiagrammes ist, dass man nicht zu viele Kategorien wählt, da das Kreisdiagramm sonst sehr unübersichtlich wird. Für eine schöne Optik eignet es sich, die Kreissektoren der Größe nachzuordnen. Zum Vergleich siedelt die beiden Kreisdiagramme rechts an. Beim ersten Kreisdiagramm wurden weniger Kategorien verwendet und diese der Größe nachgeordnet, wodurch das Diagramm deutlich übersichtlicher ist. Damit man ein Kreisdiagramm zeichnen kann, muss man wissen, wie groß der Winkel der einzelnen Kreissektoren ist. Den Winkel kann man sich mit einer Formel berechnen. Die Formel dazu lautet, Teilwert durch Gesamtwert mal 360 Grad ist der Winkel des Kreissektors. Um das besser zu verstehen, schauen wir uns ein Beispiel an. Die Wahl zum Klassensprecher, zur Klassensprecherin in unserer Klasse ging wie folgt aus. Lukas bekam sieben Stimmen, Lisa fünf Stimmen, Lena zehn Stimmen und Martin drei Stimmen. Um den Ausgang grafisch darzustellen, verwenden wir ein Kreisdiagramm und berechnen die Winkel der Kreissektoren. Dazu verwenden wir unsere Formel. Um den Kreissektor von Lukas zu berechnen, nehmen wir als Teilwert sieben, da Lukas sieben Stimmen bekam, und als Gesamtwert 25, da insgesamt 25 Stimmen abgegeben wurden. Die Formel lautet nun, sieben dividiert durch 25 mal 360 Grad. Als Ergebnis bekommen wir 100,8 Grad für den Kreissektor von Lukas. Dasselbe machen wir für die anderen Kreissektoren und bekommen für Lisa 72 Grad, für Lena 144 Grad und für Martin 43,2 Grad. Alle Kreissektoren zusammen ergeben dann 360 Grad. Da wir nun alle Winkel berechnet haben, können wir mit der Zeichnung beginnen. Als erstes markieren wir uns den Mittelpunkt. Anschließend zeichnen wir mit dem Zirkel einen Kreis. Danach zieht man eine Linie ausgehend vom Mittelpunkt senkrecht nach oben. An dieser Linie legen wir nun unser Geodreieck an und messen den ersten Winkel. Wir beginnen, wie vorher erwähnt, mit dem größten Kreissektor. Anschließend zeichnen wir die weiteren Winkel ein. Der letzte Schritt ist dann die Beschriftung des Diagrammes. Um das Berechnen der Winkel und das Zeichnen eines Kreisdiagrammes zu festigen, habe ich noch eine Aufgabe für dich. Unsere Schule will ein neues Schulloch gestalten. Dafür will es die vier beliebtesten Farben der Kinder verwenden und führt deshalb in der ganzen Schule eine Umfrage durch. Die Ergebnisse der Umfrage stellen wir wieder in einer Tabelle dar. Insgesamt haben 200 Kinder bei der Umfrage teilgenommen und folgendermaßen abgestimmt. Grün war die Lieblingsfarbe von 80 Kindern, Rot von 30, Blau von 10 und Gelb von 45 Kindern. 35 Kinder haben andere Lieblingsfarben, die wir unter sonstige zusammengefasst haben, da nur die vier beliebtesten Farben in unserem Logo vorkommen sollen. Jetzt bist du an der Reihe. Drück auf Pause, berechne die Winkel der Kreissektoren und zeichne das Kreisdiagramm. Hast du es geschafft? Toll! Vergleichen wir noch deine Ergebnisse. Der Winkel des Kreissektors der Farbe Grün ist 144 Grad, für Rot 54 Grad, für Blau 18 Grad, für Gelb 81 Grad und für die sonstigen Farben 63 Grad. Wichtig bei der Berechnung der Winkel ist, dass alle zusammen 360 Grad ergeben. Das Kreisdiagramm könnte dann fertig beschriftet so aussehen. Nun sind wir auch schon am Ende unseres Basic Videos. Um noch mehr über Diagramme zu erfahren, schau zu meinem Mastery Video. Das Kreisdiagramm könnte dann die Winkel des Kreisdiagramms Vielen Dank.